So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses. Dort dicke eine neue Folge Pokémon GO, denn heute war Tag 2 vom Krypto-Mewtwo-Raid-Dottmunder-Raid-Bus-Marathon, wie auch immer, keine Ahnung. Ich nehme die Folge nämlich am Sonntagabend auf um 21.47 Uhr, das wird bei euch aber wahrscheinlich erst am Dienstag hochgeladen werden, weil am Montag ist ja Max-Out-Monday und das hat natürlich Vorrang, dass das feste Montagsformat am Montag kommt, das dann am Dienstag als Teil 2. Außer Najendik hat in der Zwischenzeit dann die News für den Juni rausgehauen und 10.000 weitere Events, dann ist ja sowieso alles chaotisch, aber das sehen wir dann. Samstag gab es also den Dortmunder-Raid-Bus, geführt von Marc niemals und viele Leute aus der Community haben sich angehangen. Dazu haben wir ein Video gemacht, Ausbeute Tag 1, das war wirklich krass. Zwei Krypto-Shiny-Mewtwo bekommen, das war ja neu da und ein Hunderter-Mewtwo erlöst. Ich habe damit 783 Raits gemacht für das Hunderter-Mewtwo. Jetzt kannst du dir einfach ein Krypto raiden, kannst das erlösen, hast dann ein Hunderter. Wow, wie einfach. Das waren die Highlights eigentlich vom letzten Video. Insgesamt haben wir glaube ich 46, ich, ich habe ja nicht alle mitgemacht, manchmal muss ich auch raussetzen, 46 Raits am Samstag. Zwei Shiny's am Samstag und ein Erlöstes-Hunderter am Samstag. Jetzt Tag 2, Sonntag von 10 bis 20 Uhr, beziehungsweise haben wir ein bisschen überzogen. Samstag war es 10 bis 19 Uhr, Sonntag war es 10 bis 21.30 Uhr. Okay, möchte ich jetzt die Ausbeute zeigen, wenn ich hier drauf gehe und mal eingebe wieder Mewtwo und Alter Null. Dann seht ihr, am Sonntag waren es 72 Mewtwo Raids. Alle gefangen, beziehungsweise, nee warte mal, 73 Mewtwo Raids waren es. Bei der einen Arena war nicht mehr so viel Zeit drauf, wir haben gekämpft und dann kurz bevor der Boss gestorben ist, ist die App ausgegangen. Ich habe die App wieder angemacht und dann war der Raid natürlich weg, so kam ich gar nicht in den Fangbildschirm und weiß gar nicht, was da drin war, ob das gut war oder ob das schlecht war. Ansonsten sind diese Mewtwo's alle vom Sonntag, das werdet ihr auch gleich am Datum sehen, wenn ich bis ganz runter gehe, hier drauf, 22.99 Uhr, sieht man auch. Gefangen im Raid Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, 28.05 Uhr und das ist das Datum von heute. Ich will jetzt einfach mal von hier unten durchgehen und mal kurz scrollen, was wir alles haben, 72 Raids, ich werde nicht so viel labern, nur mal gucken, was gut ist, was schlecht ist. Da ist 15 Angriff dabei gewesen, da sind sogar zwei Werte auf 15, falls ein Shiny reinkommt, falls was anderes reinkommt. So, 15 Verteidigung, 15 KP, ein 666er, aber glaube ich nicht dabei. Da gab es ein Shiny-Krypto-Mewtwo, das erste am Sonntag. Das sieht auch relativ gut aus. Hier ist ein 15er Angriff dabei, ein 15er KP-Wert. Da ist schon drei Sterne. Das ist auch nichts. Schöne Treppe gezeichnet. Weiter, weiter, weiter. Das zweite Shiny-Krypto, habe ja gedacht, vielleicht kann ich ein 100er Shiny erlösen, dass ich also, das wäre es mir wert gewesen, dass ich einfach ein Shiny-Krypto habe, aber auch ein Shundo-Mewtwo. Habe ich aber nicht geschafft, kann ich jetzt gleich dazu sagen. Das hat zwar gute Werte, die ersten zwei wären auf 15, der andere Wert würde dann aber nur auf 13 gehen, das würde also leider nicht ausreichen. So, hier weiter im Karton, sagt man das so? Wahrscheinlich nicht. Das dritte, Shiny-Krypto-Mewtwo mit, was ist das, 6 oder 7? 6, 15, 6, was ist das für eine komische Verteilung? Jetzt also schon mal mehr Shinies als am Samstag. Weiter, weiter, weiter. Das vierte Shiny-Krypto-Mewtwo, also nicht 3, sondern 4 an der Zahl. Ja, Pupsi ist im Hintergrund, äh, im Hintergrund, nochmal Windeln wechseln vom kleinen Habanero. Der hat den ganzen Tag Schluck auf und durchschiss, wie der Papa. Und jetzt hat er es wohl geschafft, die Mama von oben bis unten einzuklecksen. Das ist 6, jetzt sehe ich 6, 7, 8. Das ist die beste Treppe. Brauchst du Hilfe? Da antwortet der Kleine, gut. So, da waren dann welche mit Wetterbrust auch dabei. Wir wischen nochmal weiter durch, damit ihr seht, was ist denn jetzt hier heftig, Ramses? Du machst doch das. Guck dir das an. 14, 14, 14. Wenn du das erlöst, wird es ein Hunderter. Jetzt habe ich schon ein erlöstes Hunderter, ein normales Hunderter. Soll ich das erlösen? Oder zieht man sowas hoch? Weil es ja recht gute Werte hat, auch als Krypto. Weil ich glaube, beim Krypto, ob ihr nur einen 6, 90er oder 93er oder 91er hochzieht, ist eigentlich egal. Wenn es 15 Angriffe hat, ist das sowieso schon mal viel wert. Also, hä, noch ein Shiny. Jetzt bin ich das nächste. Habe ich jetzt etwa 5? 5 Shiny Krypto Mewtwo bekommen. Gut, jetzt bin ich eh raus. Deswegen wischen wir nochmal weiter. Noch eins, was beim Erlösen ein Hunderter werden würde, ist jetzt hier ein 96er, hat aber leider keinen 15 Angriff. Gehen wir weiter durch. Das reicht leider nicht. Das ist auch schlecht, 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 schlecht. Und ich glaube, eins werden wir definitiv noch erlösen. So, jetzt sind wir hier durch. Wenn wir mal drauf gehen und ordnen das Ganze nach WP, seht ihr ja, das Schlechteste, was wir heute bekommen haben, ist 22, 36 mit der 6, 7, 8 Leiter. Das Beste, was wir bekommen haben, war keins mit Wetterbrust, weil Wetterbrust hat auch nur zwei Sterne gehabt. Ohne Wetterbrust, das Beste ist hier 23, 74, was eben ein 96er war. Dann hier eins, was kein Hunderter wird. Hier das mit 14, 14, 14. Dieses mit 23, 54. Und ich glaube zumindest das hier würde ich jetzt auch noch erlösen zu einem zweiten Hunderter erlösten Mewtwo. Mewtwo, ich habe von Leuten gelesen, die haben gesagt, sie erlösen einfach so gut wie jedes Mewtwo, was sie haben. Jedes Mewtwo wird erlöst, was ein Hunderter werden würde. Und ansonsten heben die, die nicht 100 sind, einfach auf, weil die reichen ja dann trotzdem. So, nächstes, Hunderter Mewtwo erlöst. Jetzt können wir Mewtwo nochmal raus machen. Brauche ich mal eine ganz andere Sortierung und zwar schillernd, dass man nochmal sieht, wenn wir auf schillernd gehen. Fünf Shiny-Krypto-Mewtwo gab es heute. Zwei Krypto-Shiny-Mewtwo gab es gestern. Zwischendurch gab es noch ein Shiny-Pfiffchen von Raid zu Raid, auch aus Dortmund dann eben. Von den Shiny-Mewtwos ist 23,64 hier das Beste. Das ist ein 91er gewesen, sogar mit 15 Angriff überlege ich, ob ich das vielleicht hochziehe, um ein Shiny eben mal gemaxt zu haben. Und ansonsten die besten Kryptos, die ich jetzt habe. Da können wir nämlich jetzt direkt mal auf Mewtwo und Kryptogen, dass ihr die Zusammenfassung seht. Wenn ihr von gestern und heute zusammenzählt, waren das 119 Raids. Jetzt scrolle ich mal kurz hier durch bei den schlechtesten. Das war damals ja noch aus der Forschung. Das ist aus einem Raid gewesen und das wäre das schlechteste, sogar mit drei grauen Sternen, mit 7, 6, 7. Ist also das von gestern schlechter gewesen als das von heute. Und von den Besten, die nach oben kommen, haben wir hier schon eins auf Level 50. Da können wir uns auch gleich mal die Bewertung angucken, drei Sterne. Aber ihr seht, da ist nicht mal ein 15er-Wert dabei. Hier ist kein 15er-Wert dabei. Ich habe also zwei richtig nutzlose auf Level 50 gepusht. Und dann kommen die mit Wetterbrust. Und das heißt, ich habe zwei auf 50, aber habe hier andere 690er mit 15 Angriff. Und zwar haben wir da eins. Wir haben zwei. Drei. Also das hat wenigstens auch 15 Angriff. Ich könnte drei Stück plus das Shiny plus die zwei, die schon sind, vielleicht sechs Kryptos auf 50 pushen und alle anderen, die ein Hunderter werden, würden vielleicht zu einem Hunderter noch machen. Und dann habt ihr eine so fette, komplizierte Mewtwo-Armee, dass da keine Sau mehr durchblickt. 46 Raids am Samstag. 76 am Sonntag. Ich habe die Zahl schon wieder vergessen. Irgendwas mit 70 stand dort. Es ist so warm. Es hat so verdammt viel Spaß aber gemacht. Danke an die tolle Community. Danke an jeden, der da dabei war. Die Raid-Gruppe hat geglüht an dem Tag. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Wir hatten ein Gefühl von Zusammenhalt und Zusammensein. Und ja. Ansonsten nochmal natürlich die Frage, Wie viele Shiny-Krypto-Mewtos habt ihr bekommen am gesamten Wochenende? Ihr habt ja unter den ersten Teil vielleicht eure Auswertung geschrieben, eure Ausbeute. Jetzt am Sonntag, wie sah es am Sonntag bei euch aus und wie sieht es insgesamt aus? Ihr könnt hier ja einen fetten Kommentar drunter machen. Tag 1, Tag 2 und insgesamt würde mich interessieren, was das Beste war, was das Schlechteste war. Wie viele Raids ihr gemacht habt und wie viele Shinys ihr bekommen habt. Habt ihr einen Hunderter erlösen können oder nicht? Habt ihr schon einen Hunderter gehabt? Was ich mit dem ganzen anderen Kreml und Rest mache? Ich glaube, da gibt es irgendwann mal noch ein großes Push-Video mit das hochziehen, das hochziehen, das hochziehen. Damit sich das noch lohnt und wir dieses Krypto-Mewtos-Gedöns weit aufziehen können. Hab jetzt auch 1.103 XL-Bonbons. Hab immer versucht eine Mega-Entwicklung vom Typ Psycho zu machen. Dass ich die XL-Bonbons noch kriege, vermehrt. 10 Uhr habe ich eine gestartet. 18 Uhr ist die Mega-Entwicklung weg gewesen. 21 Uhr ist mir aufgefallen, dass ich keine Mega-Entwicklung mehr anhabe. Hab dann noch eine angemacht, eine halbe Stunde lang. Aber da wäre auf jeden Fall noch deutlich mehr gegangen. Und etliche werde ich jetzt natürlich auch in Sorgen wegwerfen. Weil Krypto-Mewtos kann man sowieso ja nicht tauschen. Und wäre Quatsch, wenn ich die jetzt alle erlöse, damit ich die Erlösten dann tauschen kann. Weil dafür habe ich ja genügend Normale aufgehoben, die man nutzen kann. Das macht also gar keinen Sinn. Also ein paar aufheben, aber ansonsten ganz viele wegschmeißen. Dann habe ich wieder Beutelplatz und sogar noch mehr Bonbons. Und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und ich schmelze hier noch dahin. Ciao.